Getreu dem Motto, ran an die Wurst 2018, wollen wir dieses Jahr auf den Grill nicht nur solche komischen billigen Käsewürstchen werfen, sondern natürlich auch unsere eigenproduzierten Würstchen. Und was brauchen wir als allererstes dazu, um eine eigene Wurst zu produzieren? Genau, wir brauchen einen Fleischwolf. Und den haben wir uns zugelegt, damit wir dieses Jahr individuell gestaltete und gewürzte Würstchen auf den Grill packen können. Und das ist das gute Stück, ein ICOG Meat Grinder. Der soll dafür sorgen, dass wir, wenn es gut läuft, demnächst die eigene Wurst produzieren können. Und wie das Ding so aussieht und was es so kann, gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, bevor wir uns die Verpackung genauer anschauen, hier noch der Kaufpreis, 48,99 Euro. Meine Maximalgrenze waren immer 50 Euro und jetzt ist er dann drunter gerutscht. Gucken wir nochmal, was der Hersteller hier alles draufschreibt. Der bewirbt die verschiedenen Einsätze, der bewirbt den Würstchen-Fülladapter. Man kann die Teile relativ einfach auseinandernehmen. Und es gibt noch eine Sicherung sozusagen, die dafür sorgt, dass die 300 Watt dann am Ende auch nur anstehen, wenn das Gerät in Betrieb ist. Hier an der Seite sind dann nochmal die beiden Einsätze abgebildet und auch das Messer. Das Messer gucken wir uns nachher nochmal genauer an, denn die Messer sind meist das Problem bei diesen günstigen Fleischwürfen. Die funktionieren nicht ganz so gut, wie wenn ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmt. Ja, ansonsten gucken wir hier nochmal, noch zusätzliche Informationen. Ne, 3,2 Kilo. Ansonsten hier nichts mehr an Zusatzinfos drauf. Würde ich sagen, fangen wir mal an, das Gerät auszupacken. Ja, und dann soll es auch schon losgehen. Gucken wir mal, was der Hersteller hier alles mit reingepackt hat. Also man kann es ja sozusagen außen schon sehen, denn hier, ich vermute mal, dass das im Wesentlichen der Lieferumfang ist, den wir hier auf der Oberseite der Verpackung sehen. Aber da gucken wir nochmal, ob noch was anderes mit dabei ist. Da haben wir einmal die Bedienungsanleitung. Das ist ja schon mal gut. Dann haben wir hier, ich vermute mal, das ist zum Nachschieben von dem Fleisch gedacht. Eine Garantiekarte. Dann hier oben der Aufsatz. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie der eigentliche Wolf sozusagen. Also das Teil, was nachher für die Verkleinerung sorgt. Hier noch zwei verschiedene Aufsätze. Dann hier noch das zusätzliche, die mit einem unterschiedlichen Durchmesser, die Aufsätze. Und das eigentliche Gerät, wobei das Gerät in dem Fall tatsächlich ja nur noch der antreibende Motor ist. Denn den Wolf haben wir gerade eben schon gesehen. Das ist dieser kleine metallene Aufsatz, der vermutlich hier vorne drauf gesetzt wird. So, der Lieferumfang wenig überraschend. Also da sieht man das, was eigentlich auch schon draußen auf der Verpackung war. Und jetzt würde ich mal sagen, wir bauen das Ganze mal zusammen und gucken, wie es funktioniert. So, und dann schauen wir uns die Einzelteile doch mal genauer an. Also hier haben wir einmal den Aufsatz oben, wo ihr nachher das Fleisch quasi in den Wolf reindrücken könnt. Dann haben wir hier den eigentlichen Motor, der dazu dient, den Fleischwolf anzutreiben quasi. Hier hinten ist der Ein-Ausschalter. Und der hat neben ein Aus, das ist natürlich wenig überraschend, aber auch noch einen Rückwärtsgang. Müssen wir mal gucken, ob das bei einem Fleischwolf wirklich hilfreich ist. Hier vorne wird der Wolf dann offensichtlich eingesetzt. Und da sieht man auch diese Sicherung, diesen Sicherungsstöpsel quasi. Dann haben wir hier noch die beiden Aufsätze. Rechts unten seht ihr quasi den, um nachher die Wurst oder den Wurstdarm vielmehr zu befüllen. Der wird einfach vorne eingeschraubt. Gucken wir uns nachher aber nochmal genauer an. Dann haben wir hier noch einen zweiten Aufsatz, den man vorne aufsetzen kann. Und hier, das Teil wird wahrscheinlich dazu sein, um das Fleisch nachher vernünftig in den Wolf drücken zu können. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, nämlich dem Wolf. Ohne den passiert hier quasi nichts. Jetzt, da haben wir das gute Stück vorne schon einen Aufsatz drin. Hier hinten, da ist oben der Einfüllstutzen. Das ist erstmal alles aus Metall, das ist schon mal ganz praktisch. Denn aus Plastik ist immer so ein bisschen schwierig aus meiner Sicht bei einem Fleischwolf. Hier ist das Gewinde, was nachher das Fleisch vorne rausdrückt, wenn alles gut läuft. Dann haben wir hier noch das Messer. Das gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Das ist übrigens Sechskant, also wenn ihr ein Messer im Internet nachbestellt oder sowas. Die Schraube hat hier einen Sechskant. Und den Aufsatz wieder drauf und dann das Ganze wieder zusammenbauen. Das geht relativ einfach und ist natürlich schön. Dann könnt ihr es auch relativ einfach entsprechend nachher reinigen. So, jetzt vermute ich mal, man kann das hier einfach da rein drehen. Ungeschickt wie ich bin, kriege ich es natürlich jetzt nicht hin. Liegt das jetzt an der Sicherung. Ja, das klappt jetzt nicht wie von selbst, sage ich einfach mal. Da müssen wir nochmal genauer gucken. Aber so kompliziert kann es eigentlich nicht sein. Ich hätte gedacht, man muss es einfach nur hier so rein drehen. Da hilft auch keine Gewalt. Gut, dann gucken wir nochmal genauer hin, wie es denn vielleicht funktionieren kann. Schaue ich nochmal in die Anleitung oder ähnliches. So, es hat ohne Anleitung geklappt. Es gibt da einen wenig überraschenden kleinen Trick, den ich hätte auch, da hätte ich selber drauf kommen können, ohne es noch weiter auszuprobieren. Jetzt funktioniert es auch und das Ganze rastet hier wunderbar ein und ist dann auch wirklich sicher, bis hier oben hier einfach dann wieder die Verriegelung löst. Und zwar das Problem war einfach nur die Schraube. Die Schraube saß nicht richtig in dem Motorantrieb. Hier sieht man das Pendant dazu. Das hat einfach dann nicht richtig gegriffen. Und wenn man da mal ein bisschen hin und her wackelt, dann passt das auch perfekt. So, dann haben wir den Wolf quasi vorne dran gebaut. Und jetzt gibt es letzten Endes nicht mehr viel zusammenzubauen. Einfach noch oben den Aufsatz drauf und dann könnt ihr quasi das Fleisch aus der Schale oben direkt auch unten in den Wolf reindrücken. So, dann wollte ich euch noch zeigen. Ein bisschen überraschend für mich, aber manchmal ist das so. Hat nämlich die Bedienungsanleitung auch einen deutschen Teil, wie ihr sehen könnt. Und denkt immer dran, bitte sorgfältig lesen und die Anleitung gut halten. Und auf der rechten Seite Achtung mit der Schlange und dem Körper. Denn da gibt es diverse Dinge letzten Endes zu beachten. Also die Übersetzung ist gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal. Aber immerhin gibt es eine deutsche Übersetzung. Hat man sonst ja auch nicht so oft bei diesen chinesischen Haushaltsgeräten, die man da so kaufen kann. Ja, gucken wir uns nochmal ganz genau an, wie das hier vorne aufgebaut ist. Also ihr seht einmal eine Rädelschraube und da könnt ihr dann quasi auch den zweiten Aufsatz draufsetzen. Und wenn ihr mögt, oder vielmehr dafür ist der Fleischwolf ja unter anderem dann auch gemacht, um letzten Endes die Würstchen zu machen. Oder dafür wollen wir ihn nutzen. Man kann natürlich auch Hackfleisch damit machen und alles andere. Aber wir wollen ja damit eigene Würstchen machen. Dafür kann man hier einfach diesen Aufsatz noch mit zusätzlich reindrehen. Und dann wird das Fleisch nicht, kommt vorne nicht als Hackfleisch raus, oder beziehungsweise doch auch als Hackfleisch, aber eben hier um den Darm dann entsprechend zu befüllen. Ja, kommen wir zum Abschluss noch zu einem kleinen ersten Eindruck. Der ist natürlich bis jetzt eher eingeschränkt, weil ausprobiert haben wir das Gerät ja noch nicht. Aber ich will euch gerne mal zeigen, wie laut der wird, wenn man ihn anmacht. Ja, schon relativ laut, aber gut, es war auch für den Preis natürlich nicht zu erwarten, dass wir hier ein super leises Gerät bekommen letzten Endes. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal den Wolf genauer an. Das ist ja das Entscheidende nachher. Der Motor, klar, der muss auch funktionieren, aber der Wolf hier vorne, das ist das Entscheidende, dass der nachher auch vernünftig das Fleisch zerkleinert. Und damit wir hier nochmal reingucken können, man kann das relativ einfach auseinanderbauen, wie vorhin schon erwähnt. Das könnt ihr vermutlich, ich versuche es zumindest, einfach mal auch in die Spülmaschine tun. Ob das Ganze klappt, da kommen wir vielleicht im späteren Video nochmal drauf zurück. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, hier mit einer Bürste das auch relativ leicht machen. Dass es aus Metall ist, ist wie gesagt, finde ich schön für den Preis, das hat man nicht immer. Insofern ist das schon mal ein großer Vorteil von dem Gerät. Das Messer habe ich schon mal dran gefasst quasi, das ist nicht sonderlich scharf. Da muss man dann nachher mal gucken, ob das wirklich auch dazu führt, dass wir da vernünftig das ganze Fleisch in die richtige Struktur und in das richtige Format bringen können. Ja, die zwei Aufsätze, die dabei sind, ein etwas größerer, ein etwas kleinerer, das ist auch erstmal üblich, probieren wir dann auch in den nächsten Tagen und Wochen mal aus. Also für den Preis auf den ersten Eindrucken gutes Gerät, ob sich das nachher bestätigt, werden wir dann in einem der nächsten Videos noch sehen. Danke euch fürs Zusehen, Alexa, Kamera aus.